Heyo Leute, Crymax hier, was geht, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Roblox und heute werden wir den Food Simulator spielen, Leute, also den Essensimulator. Ihr könnt schon sehen, wir haben hier schon Pommes in der Hand und wir haben hier schon ein bisschen dicken Bauch bekommen, ja. Wir können uns hier nämlich zu einem richtigen Speck hier anfressen, Leute, hier bei dem Food Simulator. Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie das Ganze funktioniert, aber Leute, lasst erstmal ein Like und ein Abo da für mehr Roblox. Ihr könnt schon sehen, Leute, wir haben hier Essen in der Hand, Pommes. Und zwar, wenn wir die essen, dann werden wir jedes Mal größer und dicker, Leute. Und das Ding ist, man kann hier sogar gegen andere Spieler kämpfen, aber aktuell bin ich hier noch ein kleiner Noob, Leute. Die anderen sind natürlich viel größer, die würden mich fertig machen, deswegen müssen wir hier erst essen. Wir müssen erst groß und stark werden, ja, hier mit jedem Klick werden wir größer und stärker. Passt auf, Leute, ihr seht nämlich hier der Food, das Food Level wird aufgeladen und dann können wir hier nämlich das Essen verkaufen. Dann werden wir zwar wieder klein kriegen hier, aber diese Coins, Leute. Und mit den Coins können wir uns dann Essen kaufen, was uns noch schneller dicker macht, also oder größer macht, ja. Wir werden hier so ein richtiger Speck hier, so Apple Pie, was kostet Apple Pie, 24. Oha, was, wir haben schon 236 Münzen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe da natürlich hier gerade schon ein bisschen getestet, wie dieser Simulator funktioniert. Wir können uns jetzt hier sogar diese Green Grapes holen, Leute. Grüne Trauben. Ja, wir haben jetzt hier grüne Trauben. Oh mein Gott, oh mein Gott, schaut mal. Schaut mal, wie schnell wir jetzt hier immer größer und fetter werden. Ha, 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 ha. Oha, wir werden, oh mein Gott, schaut mal. Oha, was geht denn bei der da hinten ab? Die wird uns ja komplett, die wird uns ja komplett fertig machen, Leute. Okay, jetzt ist hier unser Food Speicher voll quasi, den können wir aber auch hier gleich noch ein bisschen upgraden. Und jetzt haben wir wieder 100 Münzen. Aber Leute, ihr kennt mich ja. Ihr kennt mich ja. Wir werden jetzt hier mal wieder ein bisschen die Cheats aktivieren, damit wir hier der krasseste sind und die anderen auch alle verprügeln können, ja. Ich will hier nicht immer so klein sein, ja. Deswegen werden wir jetzt hier ein bisschen reinpennen. Wie immer, Leute, nicht nachmachen. Ich werde hier dafür echtes Geld ausgeben. So, wir gehen jetzt hier erstmal in den Shop rein. Was können wir uns denn jetzt hier kaufen? Infinite Food? Ja, komm, dass wir mehr als 30 mal aufnehmen können. Kostet 800 Robux. Komm, ist ja nix. Nur 800 Robux sind ja nur irgendwie 8 Euro oder so. Äh, dann Doppelt Food, würde ich sagen. Dann geht das auch nochmal schneller, ja. Zack, auch rein damit hier. Abfahrt, Leute. Wird auch gekauft. Wir drehen jetzt hier richtig durch. Eat Fast, Leute. Das finde ich auch gut. Das finde ich auch sehr gut. Und wird auch nochmal gekauft. Also, ich glaube, mit den drei Sachen, die wir jetzt hier gekauft haben, einfach hier schon, keine Ahnung, fast 2000 Robux ausgegeben. Ich glaube, damit, ähm, äh, das ist schon ziemlich cool jetzt hier. So, jetzt testen wir nochmal. Bam, bam. Guck mal, jetzt kriegen wir immer doppelt so viel. Ha, 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 ha. Wow, Leute. Jetzt werden wir hier richtig groß. Jetzt werden wir richtig groß. Nein, guck mal, einer will mir hier eine Freundschaftsanfrage schicken. Ja, die wissen nämlich, dass ich jetzt hier auf der Überholspur bin, dass ich hier gleich wegprügeln werde. So, zack. Bam. Und dann, ihr seht schon nämlich immer, immer wenn wir hier wieder reinlaufen, um zu verkaufen, dann kriegen wir nämlich die Münzen. Jetzt haben wir schon 500 Münzen. Wir laufen jetzt hier noch einmal kurz rein. Und jetzt haben wir 700 Münzen. Und jetzt können wir uns nämlich dickeres Essen kaufen. Boah, was? Strawberry Cupcake 1200. Den können wir uns noch nicht leisten. Aber wir können uns hier einen Lemon Cupcake kaufen. So, boah. Boah, Leute. Wir kriegen jetzt hier plus 30. Plus 30 kriegen wir jetzt hier jedes Mal, wenn wir das essen. Boah, wir werden jetzt hier mal richtig schnell groß und fett. Bam, 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 bam. Und das Coole ist, wir haben jetzt hier den unendlichen Essensspeicher, Leute. Ihr seht hier schon 450 von unendlich. Die anderen müssen hier viel schneller abgeben. Ich kann hier zack, 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 ganz schnell. Wir gehen hier einmal kurz verkaufen und 1400. Ha, 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 ha. Wuh, Leute, so macht das doch Spaß. Zack, hier direkt das Nächste. Jetzt geht's noch schneller. Also ihr merkt, glaube ich, wie das läuft. Wir kriegen immer Geld und dadurch können wir uns besseres Essen kaufen, was uns noch schneller, größer und dicker macht. Und dann, Leute, umso größer und stärker wir sind, desto besser können wir natürlich auch gegen andere Leute kämpfen. Und wir können uns hier gleich sogar auch noch Tiere kaufen, Leute. Das müssen wir auch gleich mal noch machen. Ich glaube, wenn wir irgendwie so Tiere haben, dann werden wir irgendwie noch schneller dicker, Leute. Aber das testen wir gleich. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier noch zack, 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 einmal kurz verkaufen. Bam! So, 2300 Münzen. Jetzt gehen wir mal ganz kurz hier. Äh, wo kann ich mir denn jetzt hier so ein Ei kaufen? Basic Egg. Was kostet denn hier so ein Basic Egg? 2000 Münzen. Das könnten wir aber gleich schon mal machen. Dann gibt's hier ein Supreme Egg. Oh, das kostet Robux sogar. Oh, okay, echte. Okay, YouTuber Egg. Ey, ich bin doch YouTuber. Krieg ich ein YouTuber Egg? Aha. Oh, das kostet aber 600 Robux. Nee, 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 nee. Das ziehe ich nicht ein. Wir können uns hier mal so ein, wisst ihr was? Wir holen uns mal ein normales Ei und dann noch ein Supreme Ei, ja? So, hier, einmal bitte. Was kriege ich? Hoffentlich schlüpft was krasses aus dem Ei. Ankommen. Ja, okay, es könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein als ankommen. Okay, das ist ziemlich cool. Wo ist jetzt hier unser Tier, unser Pet? Hier im Inventar ist das drin. So, equip, Leute. Boah, jetzt machen wir mal drei unser Essen. Schau mal. Alter, das macht hier richtig viel aus, so ein Tier. Mal drei nochmal. Oh mein Gott, wie schnell das jetzt hier geht. Warte mal, ich will irgendwie noch... Okay, wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr davon. Ich hol jetzt mal hier noch ein Supreme Egg. Leute, das kostet jetzt hier sogar nochmal Echtgeld. Aber ist mir egal. Wir drehen jetzt hier komplett durch, weil wir müssen uns ja hier auch gleich... Wir müssen hier gleich bereit für eine Prügelei sein. Da müssen wir natürlich groß sein. Oh, was? Gottli! Gottli! Das ist die krasseste Stufe, die es gibt, Leute. Gottli. Also vom Rang her quasi göttlich. Das ist krasser als selten und episch und alles. Oh mein Gott. Mal 250. Seht ihr das? Ey, das ist doch... Was? Schau mal, Leute. Wir haben komplett durchgehackt. Wir haben komplett durchgehackt. Ich kriege 11.000 jedes Mal dazu, wenn ich einmal hier den Cupcake esse. Jetzt gehen wir das einmal hier verkaufen. Bam! Okay, also das war wirklich unfair. Das hier schon overpowered. Jetzt haben... Wir haben 54 Millionen Coins. Wir können doch jetzt hier direkt alles durchkaufen. Okay, 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 nee. So, aber 54 Millionen. 39. Ey, komm, wir holen uns jetzt Popcorn. Popcorn ist schon ziemlich cool. DNA. Die DNA können wir auch verändern. Wir können die DNA verändern. Ah, nee, aber habe ich hier schon. Ich habe schon eine gute DNA, glaube ich. Ah, das ist dieses unendlich, was Food angeht. Okay, das müssen wir gar nichts mehr kaufen. Und was ist das denn hier? Ranks. Wir haben doch den Noob-Rang. Alter, für 2 Millionen können wir uns Red-Noob... Okay, wir müssen uns auf jeden Fall gleich auch bessere Ränge kaufen. Wir sind auch keine Noobs mehr jetzt hier. Bam! Ey, ich habe einmal gegessen. Guck mal, wenn ich einmal esse... Wenn ich einmal hier was esse... Wie das hier durchdreht. Einfach 4 Millionen Prodings. Schau mal, die kommen gar nicht hinterher. Die anderen kommen gar nicht hinterher. Bam! Wir sind jetzt hier schon der Größte. Wie schnell das einfach geht. Beiseite, ihr Schmalspurer. Ihr Geringverdiener, Schmalspurer. So, weiter geht's. Wir brauchen hier direkt das bessere Essen, Leute. So. Wir haben mittlerweile 30 Billionen. Jo, das geht ja so schnell jetzt. Okay, okay, warte. Wir müssen jetzt hier erstmal das kaufen. Cake. Schau mal, Leute. Ich werde jetzt einmal den Cake reinbeißen. Guckt jetzt mal, was passiert hier. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Guck mal, der da. Der Kleine, der füpft da rum und kommt trotzdem nicht an mich ran. Du kleiner Schmalspurer hier. Du bist ein kleiner Schmalspurer, Junge. Ey, aber wisst ihr was? Eigentlich müssen wir mal testen. Was passiert denn, wenn ich mir jetzt noch ein Haustier holen würde? Kannst du mal bitte aufhören, mir die ganze Zeit hinterher zu laufen? Warum nervst du denn so? Warum nervt diese Katze hier so? Hat die mir hier mal im Chat was geschrieben? Hi, ach, der kennt mich. Okay, warte, Leute. Der kennt mich hier. Hi. Hi, du Paulberger. Leute, ich muss mittlerweile sagen, ich habe ja auch schon so eine Roblox-Community. So. Äh, irgendwie immer in jedem Simulator, was hier Spiele sind, Leute, die mich kennen. Ey, Leute, wisst ihr was? Ich werde jetzt hier nochmal reinpainen. Wir werden uns jetzt noch ein Supreme Egg holen. Nochmal für 79 Robux. Wenn wir dann nochmal 250 Multiplikator kriegen, dann ist doch komplett vorbei. Okay, komm, Schlüpf, was kommt jetzt hier raus? Schon wieder Gottlie. Ey, wenn wir jetzt nochmal mal 250 kriegen, wie krank wird das? Wie krank wird das jetzt hier bitte? Äh, äh, Bro. Bro. Ich kriege jetzt hier 115 Millionen. Wir, wir werden hier gefühlt schon nicht mehr größer. Guckt euch das an, wie groß wir sind. Wir sind zu groß für das ganze Level hier. Ich glaube, wir müssen hier gleich weiter. Wir gehen jetzt hier gleich mal raus aus dem Bereich. Weil jetzt gleich können wir hier, nämlich uns wirklich mit Leuten auch mal so ein bisschen boxen, würde ich mal sagen, ne? Wir werden jetzt hier noch einmal kurz, zack, verkaufen. Jetzt haben wir 2,8 Trillionen. Und damit können wir uns auch nochmal was kaufen. Wir können uns auch hier mal bessere Ranks kaufen. Wir sind auch hier keine Opfer. Strong. Was kostet Strong? UD. Keine Ahnung, was UD ist. D. Oha, wie teuer das hier alles ist. Oh mein Gott, was bringen diese Ränge denn? Billionen. 500. Wir können uns hier für 500 Billionen... Komm, wir holen uns mal Yellow Noob. Wir sind jetzt ein Yellow Noob. Okay, das ist schon... Wow! Hä? Warum kann ich jetzt so schnell laufen? Wenn ich Yellow Noob bin, kann ich schneller rennen. Wow! Let's go! Let's go, Leute! Oh, äh, äh, warum... Warum ist mein ganzes Geld denn jetzt weg? Warum ist mein Geld weg? Ah, ich glaube, weil wir eine höhere Stufe jetzt gemacht haben. Aber ich glaube, jetzt geht es sogar noch... Ach so, Leute. Das war wie Prestige quasi drücken. Man ist jetzt quasi wieder von Anfang an. Aber es geht halt einfach noch schneller jetzt. Es geht halt quasi nochmal schneller. So, wir nehmen hier direkt das nächste Essen rein. Äh, so. 500 Millionen haben wir. Komm, hier. Zack, weiter. Wir sind doch keine Schmalspurer. Hier ein Cookie, Leute. Ein Cookie können wir uns holen. Bam! 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 Bam, Junge. So, was ist denn jetzt hier? Jetzt sind wir, glaube ich, nicht mehr in der Safe-Zone. Ab hier können wir uns hier, glaube ich, auch wirklich boxen mit anderen Leuten. Wir können jetzt hier nämlich die Faust rauspacken. Bam! Guck mal, wir können uns hier so wegklappen mit denen. Guck mal, hier der Kleine. Ich werde den jetzt mal hier wegboxen. Bam! 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 Ah, Leute. Guck mal. Schau mal, er liegt da unten. Wir haben ihn gerade einfach umgehauen. Wir haben ihn gerade einfach umgehauen. Oh mein Gott, wir sind zu stark. Habt ihr gesehen? Wir laufen rum. Guck mal, da ist noch einer. Oh mein Gott. Das war ein Fehler. Bam! 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 Das war ein Fehler, dass du hier rausgelaufen bist. Oder hat der noch Noob-Schutz oder was? Guck mal da, der Kajuda, wie er heißt. Oh, warte. Oh, der ist groß. Der ist groß. Komm! Ah! 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 Selbst den anderen Großen haben wir gerade hier direkt weggauen. Ey, Leute, wir sind zu stark. Wir sind hier zu stark. Ha, 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 ha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was für Noobs hier. Was für Noobs hier. Zack. So. Was haben wir als nächstes? 5, äh, 5 jetzt Trillionen. Okay, wir kaufen uns das nächste, Leute. Wir sind einfach zu strong, ey. Wir sind zu strong für das Level. Wir müssen hier mal langsam... Äh... Ja. Ja, komm. Das holen wir uns jetzt. Das holen wir. Und schau mal. Wir beißen einmal rein. Okay, können wir jetzt hier in das nächste Level reingehen? Was passiert denn jetzt hier? Spooky? Hä? Oh nein. Oh nein. Ey, Leute, ich bin hier gerade irgendwie in ein anderes Spiel reingelaufen. Deswegen mussten wir hier kurz einmal wieder zurück wechseln. So, wir sind hier auf jeden Fall richtig fett am Hot Dogs essen. Und das Ding ist, hier gibt es so weitere Inseln, Leute. Ich würde sagen... Wisst ihr was? Lasst uns mal auf eine weitere Insel laufen. Wir nehmen jetzt hier einfach nochmal kurz das Cash mit, Leute. Boah, was haben wir denn jetzt hier? 46,8 QD. Okay, ich weiß gar nicht, was wir damit alles kaufen können jetzt hier mit QD. B, Billionen, Trillionen. Hier ist QD. 46 QD. Das ist hier schon wirklich so Zahlen. Okay, ein Blueberry Donut. Ich glaube, der macht richtig schön fett, Leute. So, bam. Einmal direkt wieder groß. Hahaha. Wir gucken jetzt mal. Ich will jetzt mal hier in eine neue Insel reingehen. Wir haben uns ja hier schon gut rumgeboxt. Wir brauchen stärkere Gegner. Okay, wir sind jetzt hier auf der neuen Insel. In der neuen Stadt, Leute. Boah, was geht denn jetzt hier ab? Sind hier die neuen Pros oder was? Sind hier bessere Leute? Sind hier endlich mal richtige Gegner für mich? Weil bis jetzt habe ich hier noch keinen Gegner gefunden. Das ist doch hier auch wieder nichts, Leute. Die haue ich doch hier auch direkt weg. Guck mal hier. Der Typ, der da vorne läuft. Der kriegt jetzt hier erstmal eine. Boah, Leute. Ich weiß auch echt nicht, warum ich immer in diesen Baby-Simulator reinlaufe. Ich muss mal aufpassen, wo ich hier reinlaufe. So, wir nehmen jetzt auf jeden Fall hier mal die Faust raus. Ich muss jetzt hier mal den Leuten zeigen, wer hier der Chef ist, Leute. So. Boah, Lava-Gebiet können wir auch reingehen. Ist hier irgendjemand draußen am rumlaufen? Weil hier drin ist die Safe Zone da am Spawn. Die trauen sich gar nicht rauszukommen. Komm, dann gehen wir mal ins Lava-Gebiet. Da sind ja hier alles so Schmalspure. Wir gehen jetzt hier mal ins Lava. Ach, hier ist das Lava-Gebiet. So. Okay, und was kann man jetzt hier machen, Leute, wenn wir jetzt hier auf einer anderen Insel sind? Okay, hier ist jetzt Lava-Gebiet und so. Ja, und jetzt? Warte mal, da unten ist was. Wir sind einfach zu groß. Wir sind zu groß, Leute. Ich sehe, ich checke hier gar nicht mehr, was wir machen können. Was ist denn da unten? Lava. Ach, Lava-Eggs gibt es hier. Boah, Leute. Komm, das holen wir uns mal. Wir holen uns jetzt hier mal ein Lava-Egg. Oh, man sieht es gar nicht richtig. Dragon! Dragon Rare! Oh mein Gott! Alter, wir haben einen Dragon jetzt noch gezogen. Okay, warte, warte, warte. Wir müssen dafür hier die Kuh mal wegmachen, weil die Kuh ist eh nicht so cool. Ey, wir haben jetzt einfach zwei von diesen besonderen gekauften Tieren und einen rareen Dragon, Leute. Den man auch richtig selten nur bekommt, weil rare bedeutet selten. Boah. Ich weiß gar nicht, was der bringt. Bestimmt auch nochmal so voll der krasse Multiplikator. Ach, deswegen kann man immer auf diese Extra-Inseln gehen, weil da gibt es noch krassere Tiere quasi. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, Leute. Wir gehen jetzt auch mal wieder zurück, Leute. Weil wir haben jetzt hier so viel uns schon wieder angefuttert. Wir müssen das jetzt auch erstmal wieder verkaufen, dass wir uns noch besseres Essen kaufen können. Ich brauche hier mal einen Gegner. Sie sind alle zu schwach. Bis jetzt haben wir jeden einfach so weggeboxt, Mann. Warum seid ihr alle so Schmalspurer hier? Oha! Oha, warum springe ich so? So, hier mal alle beiseite ihre Schmalspurer. So, direkt verkaufen. Oha, guck mal, wie klein wir jetzt wieder sind. Wir haben jetzt 700 QD. Was können wir da mit alles kaufen? Boah, Alter. Schau mal, wie weit das hier geht. Ich will das jetzt hier mal durchspielen. Ich will das jetzt hier mal durchspielen. Wir machen jetzt hier mal wieder, konzentrieren uns mehr aufs Essen. Okay, das ist das Nächste, was wir machen können. So, zack, 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 zack. Bam, 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 bam. Einmal wieder kurz hochessen. Hochessen hier, Leute. Oh, ich sehe hier gar nicht mehr durch, ne? Wir sind einfach schon zu groß für die Map gefühlt. Wir sind zu big für die ganze Map hier. Bam, 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 bam. Okay, okay. So, hier schön wieder einen reinfudern, Leute. Zack, und verkaufen. Oh, das ist okay. Warte, wir brauchen noch mehr. Wir brauchen noch, auf jeden Fall noch mehr. Ich glaube, irgendwie, ich bin, ich bin gerade am überlegen, ob ich noch mal ein bisschen, ich glaube, wir müssen hier noch mal ein bisschen Geld ausgeben, Leute. Das reicht noch nicht. Wir brauchen, wir brauchen noch mehr Tiere. Wir brauchen noch mehr Multiplikator, Leute. Mir geht das hier noch nicht schnell genug. Wir gucken hier noch mal in den Shop rein. Plus vier Pads. Boah, das ist aber teuer. Das ist teuer. Ich glaube, so viel Robux habe ich nicht mehr. Plus zwei Pads. Kann ich auch bloß ein Pad machen? Wie viel habe ich denn noch? Nein, dafür muss ich extra noch mal Robux kaufen. Okay, Leute, die Robux reichen dafür leider nicht mehr aus. Und ich glaube, viel bessere Tierchen kriegen wir hier auch nicht mehr. Das heißt, das bedeutet, wir müssen jetzt hier mal ein bisschen essen. Wir müssen hier wirklich jetzt essen, was das Zeug hält. So, Leute, wir wollen der Allerfetteste sein, wie keiner vor uns war. Okay, okay, okay. Komm, ich brauche hier mal einen richtigen Gegner. Die sind alle so schmalspurer hier, ne? Das ist unfassbar. Das ist unfassbar, wie schmal die hier alle sind. Okay, wir haben ein QN jetzt. Ist auch schon mal ohne Pepperoni Pizza können wir uns kaufen. Wie viel kriegen wir da jetzt, wenn wir die essen? Boah, zwölf. Alter. Alter, wir sind so groß, dass wir hier direkt wieder reinfliegen. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ey. Das ist wirklich insane. Das ist wirklich insane, was hier abgeht. Wir können noch mal in eine neue Insel reingehen. Wo waren wir noch nicht, Leute? Spooky gibt es noch. Aqua gibt es noch. Was ist denn da hinten? Heaven. Lava. Ich glaube, Lava ist doch schon gefühlt das Größte, oder? Haben wir das hier schon wieder? Okay, Leute, ich habe einen Gegner. Ich habe einen Gegner. Komm, komm, komm her. Komm her. Wo rennt der Typ hin? Der ist hier gerade rein. Der ist hier gerade reingelaufen. Ich habe endlich einen Gegner. Ey, hier Baum macht Platz. Wo ist der Typ hin? Ich muss den jetzt hier wegkloppen. So, hier. Hier, da vorne läuft der. Da vorne läuft der. So, komm jetzt her, Junge. Komm jetzt her. Jetzt gibt es Klopperei. Jetzt gibt es Klopperei. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute, er hat mich hops genommen. Er hat mich hops genommen. Okay, ich habe es gerade noch gesagt. Ich will einen richtigen Gegner. Da war der richtige Gegner, Leute. Scheiße, ey. Der Typ ist auch mächtig, ey. Das muss ich schon sagen. Der ist richtig mächtig. Da müssen wir, glaube ich, noch ein bisschen mehr essen. Wir müssen noch mehr essen, um an ihn ranzukommen. Oh mein Gott. Warum ist er so krass, dieser Typ da? Das darf doch nicht wahr sein. Das darf doch nicht wahr sein. Der Typ rennt hier einfach überall rum. Oh, wir leveln nicht schnell genug, Leute. Wie viel bringt uns dieser... Der bringt uns nur mal 14. Das bringt ja gar nichts. Wir brauchen hier noch eins von diesen Supreme Pets. Kein Wunder. Aber nein. Unsere Robux reichen selbst dafür nicht mal mehr aus. Okay, wir müssen das jetzt ohne Supreme Pets schaffen. Dann... So... Okay, okay. Nochmal. Zack hier. Oh mein Gott. Ich dachte, der haut mich schon wieder weg. Das ist hier der Fiesling vom Pausenhof. Der haut uns ja direkt weg. Der haut uns einfach weg, Leute. 3,7 QN. Ey, das können... Oh mein Gott. Wir verklitschen hier sogar. Wir verklitschen. Wir sind zu fett. Schau mal, im Vergleich zu der Insel, wie groß wir schon sind. Oh, holy moly, Macaroni. Der steht... Unser Charakter steht nicht auf. Warum steht unser Charakter nicht auf? Hallo? Nicht schlafen. Ich glaube, der ist müde vom ganzen Essen. Bro, bro. Bruder, steh doch bitte auf, Mann. Steh doch... Ey, steh doch auf. Wir müssen uns boxen. Ja. Komm. Komm. Kämpf dich hoch. Kämpf dich hoch. Oh, Leute, nein. Ey, Leute. Was ist das denn jetzt hier schon wieder für ein Typ? Schau mal, wie groß ich bin. Und er ist wirklich noch mal deutlich größer als ich. Holy moly, Macaroni. Wisst ihr was? Ich glaube, was mein Fehler ist. Wir müssen mal wieder dieses Prestige drücken. Das ist nämlich das Ding. Wir müssen das hier mal wieder machen, um wirklich krasser zu werden. Und deswegen werden wir jetzt hier Prestige drücken, Leute. So, Red Starter. Das kaufen wir uns jetzt. Jetzt sind wir wieder quasi auf Anfang. Aber, Leute, bam. Das bringt uns trotzdem auf Dauer mehr, Leute. Das bringt uns trotzdem auf Dauer mehr, wenn wir hier quasi Prestige drücken. So, einmal wieder verkaufen. Direkt das nächste holen. Zack, fooden. Reingefoodet. Schau mal, alleine mit den Pommes, wie weit wir damit schon gekommen sind. Vier Billionen haben wir. Alter, das ist doch nicht normal. Das ist nicht normal hier. So, Orange Food. Bam. Let's go. Also, der Typ ist ja wirklich auch hier. Also, dieser Riesige, ne? Also, der ist ja wirklich ganz krank. Oh nein, der will mich weghauen. Der will mich weghauen. Der will mich weghauen. Habt ihr gesehen, wie er gerade direkt rausgelaufen ist? Ey, der wird mich safe wegkloppen. Gegen den kann ich nichts machen. Es tut mir leid, Leute, aber da bin ich zu schmalspur. Ihr habt gesehen, was mit den anderen passiert. Ich will nicht, dass das mit mir passiert. So, 2,8 QD. Okay, reicht noch nicht ganz. Reicht noch nicht ganz. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen hier essen. Zack, 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 zack. 3,5. Ich glaube, das sollte jetzt gleich reichen. Wow. Okay, okay, okay. So, jetzt haben wir 4,3 QD. Was können wir jetzt damit holen? Auf jeden Fall das hier. Chocolate Donut. Chocolate Donut. Die machen natürlich richtig fett hier, Leute, ne? Chocolate Donuts, das ist Hüftgold hier. Das ist Hüftgold. Man braucht auch ein bisschen Kampfmasse. Man braucht Masse, wenn man sich hier gleich boxen will mit dem Typen. Sollen wir es mal versuchen? Komm, wir versuchen. Vielleicht kann ich ihm Powerschlag drücken. Move closer to chest. Ich will ihn nicht to chest. Ich will den Typen hier wegkloppen. So, komm doch her. Ich habe den Powerschlag aktiviert, Leute. Oh nein, er ist da drin. Er kommt. So, komm doch. Komm doch her, Junge. Komm, ich bin bereit, mich mit dir zu boxen. Ich bin bereit. Leute, ich glaube, er wird gleich rauskommen. Hä? Warum ist der weg? Ah, er hat Prestige gedrückt da hinten. Ha, 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 ha. Wo ist er? Er ist hingefallen. Er ist unter... Hä, er ist in den Boden reingeklitscht. Komm doch. Wir prügeln uns, Junge. Warum ist er jetzt in den Boden reingeklitscht? Ich wollte ihm gerade einen Powerschlag drücken. Oh, da ist er wieder. Er hängt irgendwie im Boden drin. Keine Ahnung, warum der Bruder im Boden drin hängt. Man weiß es nicht. Was braucht man denn, um jetzt auf die nächste Insel zu kommen? Hier braucht man nur 150K. Hier diese Zuckerinsel. Da hier braucht man ein QN. Haben wir schon ein QN? Nee, wir haben 800 QD. Aber gleich haben wir, glaube ich, ein QN. Okay, warte mal. Lass mal... Vielleicht bringt das ja mehr, wenn man auf der anderen Insel ist. Ich weiß es nicht genau, Leute. Ich bin hier kein Experte in dem Fetti-Simulator. So, jetzt... Wir haben jetzt mal ein QN. Lass mal kurz testen, ob wir jetzt quasi in die Sugarinsel hier reinlaufen können. Mit Zucker. Das ist ja, glaube ich, immer gut. Food required. Candyland. Ach so. Schau mal, hier ist mal 500. Natürlich, hier wird man noch schneller dick. Aber warte. Ich verstehe nicht, warum. Ach so, man braucht ein... Ach, ein QN Food. Oh, ich bin auch doof, Leute. Oh, jetzt sind wir auch unter die Erde geklitscht. Jetzt sind wir auch unter die Erde geklitscht. Na toll. Ich bin auch doof, Leute. Ich denke, man braucht das an Coins. Aber man braucht das an Food. Ach so. Oh, okay, okay, jetzt checke ich das. Ich bin manchmal... Brauche ich ein bisschen länger, um Sachen zu verstehen. Es tut mir leid, Leute. 1,5 QN. So, wir kaufen das jetzt mal. Passt mal auf, warte mal. Wir testen das jetzt mal bei einer anderen Insel. Wenn wir das dann da essen, ob wir dann halt einfach noch schneller zunehmen. Müsst ihr ja eigentlich, oder? Wenn man auf der anderen Insel dann ist. Ey, man, diese Palmen allein nerven die. Wir sind zu groß. So, hier braucht man zum Beispiel nur 100 D, um reinzukommen. Ah, nee. Keine Ahnung, wie viel D ist. Hier braucht man... Keine Ahnung, hier kommen wir rein, Leute. Kriegen wir jetzt hier mehr? Als wenn wir hier nicht drauf sind. Hier kriegen wir 81 T. Und wenn wir hier weg sind, auch 81 T. Versteh das nicht, Leute. Irgendwie... Ich glaube, ich bin zu doof dafür. Ach nee, das ist mal 10. 800 kriegen wir da. Und hier nur 81. Oder? Nee, hier kriegen wir auch noch. Nee, doch, hier ist jetzt 81. Ach so. Oh mein... Das ist ja noch mal viel krasser, Leute. Jetzt verstehe ich das. Man muss auf die Inseln gehen. Oh mein Gott. Okay. Okay, ich verstehe. Ich verstehe, Leute. Ich verstehe. Ähm, jetzt haben wir hier 16,7 Q... Oh nein, der will mich boxen. Ey, Mann! Der hat mich grad... Voll in den Hinterhalt, Junge! Du kleine Ratte! Warte ab, bis ich dich in die Finger kriege, Junge. Jetzt haben wir hier nämlich 17 Q. Und jetzt geht das nämlich richtig schnell. Ich hab das die ganze Zeit falsch gespielt, Leute. Ich bin doof. Ich bin zu lost dafür, ey. Oh, 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 nein. Oh nein, wir sind schon wieder hingefallen. Oh nein, wir sind schon wieder hingefallen. Ich will jetzt hier noch mal einen wegkloppen, Leute. Ey, nein, jetzt hab ich ein Ei aufgemacht. Wollte ich doch gar nicht. Warte mal, da draußen läuft einer. Da draußen läuft einer. Und der ist deutlich kleiner. Den können wir safe wegboxen. Komm, ey, Mann! Diese Bäume nerven immer. Jetzt wirst du weggeboxt, Junge! Boom! Boom! Habt ihr gesehen, wie er stampft? Hä? Warum kann ich ihn nicht wegkloppen? Jetzt hab ich ihn erwischt. Oh mein Gott, Leute. Ey, aber ich würde sagen, das soll's von dem Fettli-Simulator hier gewesen sein. Wenn ihr noch ein paar zwei sehen wollt, Leute, dann lasst ein Like und ein Abo da. Schreibt's mir in die Kommentare. Weil ich glaube, ich hab jetzt erst verstanden, wie das hier richtig läuft. Weil wenn wir auf die anderen Inseln gehen, dann kriegen wir noch viel schneller. Werden wir größer, ja? Ihr wisst schon, wie ich meine. Also, lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dann, haut da rein, Leute. Euer CryMix. Bis dann.